Meine Bögen kannst du versuchen, mich mit 90.000 bösen Flugzeugen von hier wegzubekommen. Ich werd den Teufel tun, zieh die Jacke aus und nehm mich lässig an die Wand. Ja, vor meiner Tür blüht eine Wiese, ausgeduldet wegen, doch ich lach mich in die Forst und lasse endlich wieder Licht im Zimmerm. Hey, hey, es geht immer, es geht immer irgendwie, hey, baby, hinter dem Bögen liegt das Paradies. Ich hab es gesehen, es ist schöner als Paris. Ich hatte drei Zimmer, wohnt umsonst, am Rettetag Galaxie. Geil! Ja, ich mag ihn wirklich, ey, das hört gerade nicht so. Ohne Vertrag, ohne Telefon, ohne Biro und ohne Miete. Einen Eingang mit blauen Bäumen, unter dem sich Leute lieben. Das Starauffelnacht ist abgewandt, ist das Dich, die Natte. Keine Kalorien, kein Sohnbrennen, alles Bier und alles Besser. Yeah! Ich hab es gesehen, es ist schöner als Paris. Ich hatte drei Zimmer, wohnt umsonst, am Rettetag Galaxie. Dankeschön. Schlag ein! Ja! Ja! Ja, das ist es! Super! Mein Gott, wer bringt uns diese Technik, diese Energie, diese Lebensfreude ins Haus? Wer bist du? Hi, ich bin der Solo Hoffmann. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Wie fresh kann man aussehen? Ich bin der Solo Hoffmann, komme aus Bremerhaven und bin 25 Jahre alt. Was geht Solo? Alles gut! Ich war mega Spaß! Wahnsinn! Du bist ein Film! Du bist ein richtiger Film! Deine Stimme, deine Performance, die Attitude! Und das liebe ich! Ich liebe es, wenn dein Talent hier steht und weiß, wie gut es ist! Auch deine Stimme mit 25 ist so reif, so voll, so richtig rich und saftig! Egal wo du landest, ich liebe dich! Ich glaube, er verstehe kein Wort! Er kann kein Englisch! Ich übersetze Ronin, mag dich nicht so! Er fand das nur so okay! Oh ja! Das ist nicht was ich gesagt habe! Nein! Ja, ich helfe euch ein bisschen aus hier! Hang on! Hang on! Hang on! Okay, warte! Woher kommst du? Bremerhaven! Was ist deine Geschichte? Meine Geschichte ist, ich bin Familienvater von zwei Kindern, ich habe eine Frau, wir möchten heiraten und ich möchte mit der Musik uns ein finanzielles Leben aufbauen und damit uns ernähren! Wir lieben! Wir lieben! Beautiful! Bei dem muss es einen musikalischen Background geben! Seid ihr eine musikalische Familie? Also meine ganze Familie ist musikalisch! Das hört man sofort! Du hast Soul, du hast Selbstbewusstsein! Du bist zwar 25, aber du bist mit deiner Stimme, mit dem was du hast, an musikalischer Seele schon viel viel älter! Und damit ist es für uns natürlich ein Traum zu arbeiten! Wow! Komm zum Winner Team! Right here! Ich gehe durch, Giovanni! Yeah! Yo! Oh mein Gott! Bro! Was ist denn gerade passiert? What happened? Du hast alles! Du hast alles! Mach dir keinen Job! Wir werden Vollgas geben! Wir suchen dir die richtigen Songs aus! How did that happen so quickly? Sorry! Ich habe mich umgedreht, wir haben uns angeschaut, das war klar! Also ich habe mir gesagt, der sich als erstes umdreht, zu dem gehe ich! Ah ja! Fair enough! Noch mal winken! Ciao! Viel Glück! corporations sind drin! W Tut, in Beijing! Sehr gut gefallen!